Hallo, Hallöchen! Willkommen bei HerthaGeek! Jawollo! Heute wird das Spiel gegen Wolfsburg Orakelt. Unser erstes Heimspiel? Ja. Ich bin mal wieder mega gespannt, was da die Sticker sagen. Aber vorab müssen wir reden. Ja, Köln ist erst einmal eine schöne Großstadt. Ja, ich war am Wochenende da. Der ein oder andere hat es gelesen. Ja, ich habe ja da fleißig gepostet mit der lieben Nicole. Wir haben sogar ein kleines Video gedreht. Hat uns sehr gut gefallen. Das Wetter war herrlich. Ja, am Rhein. Natürlich hat man so ein bisschen den Touri gemacht. Ja, Sightseeing, okay. Dome, bam, musste mit. Und was weiß ich noch alles. Ja. Wir waren so richtig gut drauf. Ja. Wir hatten gute Laune. Ja. Nicht weit war das Rhein-Energie-Stadion. Wir wären super gern reingegangen ins Stadion. Wir hätten gerne mitgefiebert. Aber nun mal ist es so, dass es nicht möglich ist, in der Corona-Zeit, die wir noch haben, als Fan der gegnerischen Mannschaft reinzukommen. Ja, das ist halt so. Wir waren trotzdem traurig. Aber jetzt im Nachhinein sage ich WOW. Ich sage echt WOW. Zum Glück war ich da nicht drin. Leute. 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 Freunde. Was ist denn los mit der Hörter? Was? 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 Ich brauchte auch einen Tag, um runterzukommen. Ja. Ganz ehrlich. Ja. Mit Bleifuß von Köln zurück nach Berlin. Fernseher an. Klar. The Zone. War gebucht. Schön gemütlich gemacht. Getränke. Bam. Alles vorbereitet. Zack. Und los geht's. Es fing ja super an. Aber irgendwann habe ich die Fernbedienung genommen und ausgemacht. Es war irgendwie dann der Punkt erreicht, da spielte doch der Frust mit. Ja. Diese Vorfreude. Diese Vorfreude. Und man hatte doch die Vorbereitungsphase super bestanden. Liverpool geschlagen. Ja. Und was weiß ich was alles. Aber wir haben ja gut begonnen. Wir haben ja ein schönes Abstaubertor. Aber dann haben wir den Deckel nicht zugemacht. Wir haben Köln aufgebaut. Es wurde Köln aufgebaut. Das ist ja so scheiße. Oh. Ups. Sorry. Ja. Karte hat es mal wieder hingekriegt. Einen schwächeren Verein, Mannschaft, die eigentlich noch gar nicht weiß, wo sie steht, in der Relegation gespielt hat, aufzubauen. So muss man es nennen. Wir haben eins so geführt. Man hätte zack. Hinterher. Immer gib ihm eine. Ja. Und dann noch einen rein. Und dann wäre erstmal Ruhe gewesen. Aber nein. Nein. Geplänkel. Viel zu viel Abspielfehler. Und dann war das irgendwie Programm. Das dann zum Ende der Saison. Ja. Wäre schön, wenn die Ende der Saison wäre und wir würden ganz oben stehen. Nein. Da stehen wir noch gar nicht oben. Mensch. Ich stehe erstmal ganz weit am Anfang. Ja. Denn zum Schluss, da war man froh, in der Halbzeit zu sein. Und dann kam man raus und es ging weiter. Und dann muss man echt sagen, hat Köln verdient gewonnen. Aber, aber ich möchte auch mal hier betonen, dass mit den Toren war auch echt fies. Ja. Das erste Ding, für mich war es trotzdem ein Foul. Ja. Schon mal negativ. Und dann das zweite. Abgefälscht in der Flankensituation. Unser Schwolo kann dann noch Rettungstat hoch, weiß ich was machen. Und das Ding noch rauszirkeln. Im Sprung. Und lenkt das schön auf die Rübe vom Kölner. Das war auch wirklich Pech. Also die ersten beiden Tore. An dem Tag hatten wir nicht das Glück gepachtet. Nein. Hatten wir überhaupt nicht. Nö. Köln hatte Glück. Wir nicht. Nö. Also von den Torsitzungen aus meiner Sicht 1-1. Ja. Ich meine, Köln hat echt Druck gemacht und so weiter. Wir haben uns blöd angestellt. Aber ich weiß nicht. Wir müssen sehen. Wir haben jetzt Wolfsburg vor der Nase. Ich sag mal Saisonstadt 2.0 gegen Wolfsburg. Und so lasse ich es mal stehen. Und da muss Vollgas gegeben werden. Da muss gezeigt werden, dass in Köln ein Ausrutscher war. Wir sind eigentlich viel besser. Ja. Das muss gezeigt werden. So. Dann können wir diese Sache wieder ausbügeln. Aber es war wirklich traurig. Wir alle, denke ich, haben uns auf den Start gefreut. Und dann sowas. Ja. Okay. Ich meine, Leipzig hat auch verloren. Okay. Es ist das erste Spiel. Okay. Ja. Noch nicht den Kopf in den Sand stecken oder so. Das wäre super albern. Aber Vorsicht. Aufmerksam sein. Und gegen Wolfsburg. Vollgas. 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 Vollgas mit der richtigen Einstellung. So. Bumms. Bäm. So. Ich mache jetzt das Orakel. Das Orakel ist angesagt. Ja. Ich habe mir wieder das Display. Ja. Ich ziehe zwei Packen raus. Eins pro Halbzeit. Aber diesmal bitte mischen, mischen. Ja. Das nehme ich. Erste Halbzeit. Und das. Zweite. Ja. Und ich möchte nicht vor Wut in diesen Knete bei Boxen kneten müssen. Ich möchte jetzt einen soliden Sieg hier im Orakel. Okidoki. Anpfiff. Erste Halbzeit. So. Jetzt aber hier. Jetzt zeigen wir mal der Liga. Was hier ist gegen Wolfsburg. Nicht hier. Lenkel. Lenkel. Nein. 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 Wir starten jetzt in die Saison. So. Was haben wir denn? Diaby? Nein. Brauchen wir nicht. Leverkusen. Hoffmein. Hoffmein. Nein. Wolfsburg. Haha. Leute. Wolfsburg. Geht 1-0 in Führung. Hey. Okay. Okay. Weitermachen. Ja. Bielefeld. Sané. Bayern. Allongues. Leverkusen. Rode. Frankfurt. Spielfeld. Spielfeld. Ja. Erzählt denn eigentlich so ein Stück Spielfeld auch als Mannschaftstor? Ja. Wenn man rausfinden würde, welches Stadion es ist. Okay. Kann ich leider nicht. Hier. Fankoreo. Stuttgart. 0-5. Auch nichts Wichtiges. So. Ab 5. Erste Halbzeit. Ja. Wolfsburg führt 1-0. So. Ich will gar nicht mehr sagen. Nein. So. Anpfiff. 2. Halbzeit. Ich ziehe das jetzt knallig durch. Ich will jetzt hier ein richtiges Ergebnis. Ich will ähm. Ne. 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 Leute. Das kann so nicht weitergehen. Paderborn. Ja. Ich weiß. Klar. Altes Päcken. Neu kommt es im September. Deswegen Paderborn. Äh. Zakaria. Der spielt ja bei. Borussia Mönchner. Und. Gede. Kluenter. Gede. Kluenter. Gede. 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 Wir gleichen hoch. Gede. Super. Super. Geil. Der Kluenter. Naja. Ich sag's ja hier. Komm. Dranbleiben. Bis bis ich sein. Pitbull-mäßig. Ja. Jaja, so geht es. 1-1. Haha, weiter geht es hier. Vargas, Augsburg, Leimer, Leipzig. Demil bei Leverkusen. Und was ist das? Ah, das ist noch eine Stuttgart Stadionkarte. Und, aha! Das ist das Auswärtsrikot letzter Saison von Petra. Juhu, wir führen, wir führen 2-1. So Leute, das müssen wir jetzt hier über die Runden kriegen. Oh man, ich bin jetzt so aufgeregt bei mir führen. Komm, lass mich nicht. Hängkleber! Juhu! Wie machen wir hier runter? Geilo! So, das ist Mainz Fan Choreo und Augsburg. Oh du geil! Ab 5! Oh, ich pfeife hier zu gerne. Geil! Leute, die richtige Antwort gezeigt. 2-1. 2-1 zu Hause gewonnen. Jupp. Saisonstart 2.0 gegen Wolfsburg. So wird es gemacht. Und so ist es geil. Okay? Ich freue mich. Ich kann tief durchatmen. Ich habe ein gutes Orakelgefühl. Und mal sehen, wie es dann wirklich gegen Wolfsburg wird. Okay? Ja! Das war's. Das nächste Spiel ist dann gegen Bayern München. Es wird nicht einfacher. Auswärts. Mal sehen. Bleibt gesund. Bleibt sportlich. Bis denne. Ciao. Bis zum nächsten Mal.